hallo und herzlich willkommen zurück zu unbound worlds apart ich habe keinen plan wo wir dran sind ich weiß auch nicht mehr wie die steuerung funktioniert okay wir haben doppelsprung okay man kann mit x sofort die map öffnen das wusste ich gar nicht okay war dieses ding hier war die map ok was haben wir mit r1 hier machen wir die portale mit ok nur gar nicht steuerung reinkommen moment moment was haben wir mit y nix ok das sind die wichtigsten knöpfe ok jetzt können wir wieder rein starten ist nur neue aufnahmesession deswegen ich weiß gar nicht wo wir genau dran waren wann der wüste das weiß ich noch wir brauchten hier um hier unterzukommen brauchen wir neue fähigkeiten braucht so stehen wir haben so eine fähigkeit bekommen ne den kämen schon oder okay wir haben zwei von den dingen geöffnet stimmt wir sind hier unten weiter gegangen ja hier waren wir dieser blog stimmt okay sehr gut dann gehen wir mal diese richtung weiter even Cort oh Gott ok ist denn secret wahrscheinlich na Oh Gut Sollten wir anders machen Oh nein Okay, das war easy Wo zum Henker gehen wir hier hin? Okay Au Okay, 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 alles gut Äh, im Hintergrund sehe ich einen Drachen Oder auch nicht irgendein Knochengerüst Alles klar Hallo Okay Wahrscheinlich müssen wir zu dem hin Was war das denn? Ah, man kann auch schräg rutschen Alles, klar Also man muss nicht unbedingt, äh Okay, das sieht irgendwie weird aus Ah, es geht noch nach unten Jaja Ja Okay Ah, okay, hier kommt man zu dem Ja, okay, ich weiß wie Nein, so nicht Nein Nein, okay Nein 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 Was sieht da eigentlich was? Okay, da ist Lava Nein, 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 zu früh Ja, okay Zu stark gelenkt Nein, 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 nein Ich wollte auf Nummer sicher gehen Okay, hat nicht funktioniert Auf Nummer sicher gehen hat nicht funktioniert, ne? Muss man auch mal hinkriegen Oh, man darf nicht zu lange, glaube ich An diesen Ort verharren Oh, sehr gut Haben wir es geschafft? Ja Moin Tagelang schlurfte sie blindlings durch den tiefen, farblosen Nebel Stolperte über Knorren Suchte verzweifelt nach Hilfe Juhu Sehr gut Das ist schlecht Ah, nee, es ging unten weiter, ne? Das war ja nur die Abkürzung Genau, hier ging es ja noch weiter Das ist schlecht Okay Okay Yo, nice Ey, was ist denn los? Komm, gut, klar Uh, baby Ach, das war der dritte? Ach stimmt, der brauchte nur drei, ne? Das heißt, die anderen beiden sind optional Wahrscheinlich Ähm Äh, was ist das? Akademiesplitter Aha Okay, ist ein Secret Aber da kommen wir noch nicht rein Das ist ein anderer Bereich Ah, hier wahrscheinlich Hier kommen wir dann rüber so Ja Gut zu wissen, dass da noch was ist Ja, und wenn ich irgendwann mal einfach nichts mache Für ein paar Sekunden Wundert euch nicht Ich, äh, hab wieder natürlich Niesattacken So wie immer Ja, und wenn ihr seht, dass auf dem Screen, äh Das auf Computer umgeschaltet wird Dann mute ich mich Also, ne? Damit ihr das nicht hört Mein hier Und alles Ja So Hier sind wir eben runtergegangen Das ist schlecht, ne? Ja Sehr schlecht Hehehe Also, ich will auf jeden Fall die anderen Siegel auch aktivieren Weil Man weiß ja nie Man weiß ja nie Wo, äh Ah, da oben ist noch ein Dorfbewohner Wie soll ich denn da rankommen? Ach du Scheiße Okay Ja, geh noch ein bisschen weiter Und Stopp Huhu Baby Aber hier müsste ich doch hochkommen, oder? Ja Ja, easy peasy Sie scholpert über eine Höhle Sie war leer bis auf den Kadaver Einer verloren Kreatur Und eine raue Decke aus Sackleinen Ihr Körper schmerzte, als sie sich hinlegte Sie sehnte sich nach Ruhe Aber ein verweilender Gedanke Schlich sich in ihren Geist Kann man da oben noch rein? Ich muss es probieren Weil Okay, es sah ein bisschen komisch aus Oh nein, wieder keine Abilities Will schon jetzt nicht mehr Okay Ah, alles klar Das war gut Komm her, du Viech Komm her Hopp Das ist schlecht Das ist schlecht Das ist schlecht Gelehrter Nubodun Aha Heutzutage scheinen sie hier jeden runterzulassen Ich erinnere mich, als der Zugang zu den unteren Ebenen strengstens verboten war Hier führten unsere Magier heikle Experimente durch, um die Sicherheit und Warte, Volatilität? Jeder neuen Welt zu testen Aha Wir mussten sich erstellen, dass neue Welten sicher zu zersperren waren Bevor wir sie betraten Aber das änderte sich, als wir Amberra fanden Ha Unsere Vorsicht wurde in den Wind geschlagen, als wir einen Fuß auf amberranischen Boden setzten Die Experimente begannen fast sofort Dann folgte, wie du weißt, schnell die Korruption Ja Jetzt sind wir hier in dieser verlassenen Gruft des vergessenen Wissens Hast du noch was zu sagen? Ich frage mich, ob unsere Gelehrten jemals wieder hier studieren werden Okay, da sagt er auch nichts mehr Hier sind Was, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich habe keine Ahnung Hm, also hier gibt es echt noch zwei Siegel Zwei Säulen Aber der meinte doch, dass wir nur drei brauchen, oder? Egal, ich werde es trotzdem jetzt beide noch machen Äh, du da Diese Hallen waren einst voll von Magiern aus verschiedenen Welten Ihre Zaubersprüche waren genug, um dich an Wunder glauben zu lassen Hm Ich sah erflüchtig so, wie sie die Essenz der Kristalle nutzen, um Risse zu neuen Welten zu öffnen Die reich an unermesslichem Potential waren Herrscher von Sienenseits des Meeres reisen hier, um das Spektakel zu sehen Doch dies war keine Unterhaltung, sondern eine Machtdemonstration Sie gingen stets so überzeugt von unserer Fähigkeit Alle bekannten Welten zu vereinen Äh, sie gingen stets überzeugt von unserer Fähigkeit Alle bekannten... Das ist irgendwie misskummend Sie vertrauten den Magiern absolut Dann akzeptierten eine Welt nach der anderen Freude unsere Führung, ohne sie in Frage zu stellen Gehen mit Vorsicht vor Überreste von magischer Zauberkraft Verweilen in dieser modrigen Luft Er sagt das wahrscheinlich nochmal Ja Okay Portal kann ich nicht aktivieren Okay, es geht hoch und es geht runter Hier unter mir ist direkt der erste Oh, das war doof Okay, das ist einfach nur ein Time-Time-Dings, ja Das ist einfach nur Zeit Ich muss einfach perfekt springen Ah, das war scheiße Voll die geilen Vent-Jumps Okay, also von da aus ist es glaube ich nicht so gut Ich muss schon an die Säule da gehen Ja Ja Okay, jetzt noch der Dorfbewohner Wie schnell soll man das bitte machen? Achso, okay Okay, ja Ach du Scheiße Nee Hä, wie schnell soll man das denn machen? Nee Boah, wie soll man das denn machen? Oh, kann ich sagen, dass ich hier eine neue Fähigkeit brauche? Ja Ja, nee Da komme ich nicht Das kann ich so nicht machen Äh Und wie soll ich das machen? Ach, das geht auch nicht Das ist auch eine neue Area Da kommen wir noch gar nicht hin Das geht nicht Wir können noch nicht hier weiter Wir brauchen eine neue Ability Das geht viel zu schnell Ich muss irgendwie so einen Ja, so einen Luftsprung noch so bekommen Oder irgendwie sowas Was hatten wir bei Ori? Ähm Da konnte man auch so in der Luft so so ein Dash Oh, so eine Dash-Fähigkeit gibt es vielleicht noch So, pjuu Das könnte noch sein So, was machst du? Tötest du mich? Okay, das ist einfach nur ein neues Viech verspawnt Alles klar Okay, wir gehen erstmal nach oben Das ist gut Oder auch nicht Das ist schlecht Ja Okay Okay, ist nix Da oben kommen wir wahrscheinlich wieder zurück Alles klar Kann ich denn eigentlich schieben? Ja Wahrscheinlich muss ich mich hier hinsetzen Damit der rüber gehen kann, oder? Ja So, noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch ein bisschen Und tschüss Wo geht's hier unten lang? Nix Okay Hier oben ist auch nix Oh geil Aber da ist was Ach, da kommen wir jetzt gleich hin Okay Ey Geht's hier irgendwie weiter? Warum ist das übrigens so leicht aktuell alles? Das ist irgendwie Äh, ja Ach so Ich muss das da durchlenken Ah Okay Es geht auf jeden Fall oben lang Ah Hier kann ich zurückgehen Alles klar Wie Äh, was machst du hier? Geh weg, du Misty Tschüss Geh es sonst nix Nee Trau ich dem Salat noch nicht Ist da wirklich nix Sieht nicht so aus, ne? Ich geh trotzdem mal nach oben Ich find dieses Spiel so geil, ne? Nee, da ist nix Okay Dann Brechen wir durch Jo Wir Können uns eigentlich zurückporten Weil hier bringt uns das nix Da müssen wir später hin Das heißt Dahin Dahin geht's Moin So Das alles soll aktivieren Gute Show In der Tat Eine gute Show Ich wage zu behaupten Dass du ein guter Gelehrter An der Akademie geworden wärst Er steht dir nun frei Dich nach oben Um da unten zu wagen Äh Ähm Ich war schon unten Nur mal so Brom, Brom Ah, es waren wirklich Fünf Tore Und die Musik ändert sich Oh Ich dachte, das wär Äh, ich könnte meine Ability aktivieren Und das hier plätten Aber, okay Dann halt nicht Dann halt nicht Okay Kein Plan, wo wir sind Okay, Ability ist wieder da Wee Achso Wow Ich dachte Oh Gott Ähm Ähm Äh, was Die töten mich Hä Äh Warum tut Nimm mich Okay Aha. Moin. Wo komme ich hier hin? Alter, das ist alles voll Blut. Okay, wir haben ein Port. Ein Port. Habt ihr das gesehen? Okay, da oben in der Ecke ist nix. Hä? Aber da wird mir was angezeigt. Hatte ich's gesehen? Da oben in der Ecke? Da. Da. Da ist doch ne kleine Spalte. Ist doch irgendwo ein Secret. Ich muss mal gucken. Hier ist irgendwo ein Secret, glaub ich. Da oben ist auch ein Loch. Hat mir das aber nicht angezeigt. Okay. Dann ist da halt nix. Thromp. Wie einfach massenweise hier sterben, diese blöden Viecher, ne? Die sind auch echt doof einfach, ne? Ich will nicht weitergehen. Kann ich in dieser Ansicht bleiben? Da ist ne schöne Kristallhöhle. Ich bin auf ihn drauf gesprungen. Ich bin auf ihn drauf gesprungen. Ach so, okay, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Warum stirbt man denn als Stein? Warum stirbt man als Stein? Ich verstehe es nicht. Hä, warum hat die Taste nicht aktiviert? Oh, oh. Toll. Ja, okay. Musik ist übrigens nicht zu laut. Die erste ist ja easy. Nein, ja, ich hab getrunken. Ich hab' das Gefühl, dass der Controller scheiße ist. Ich glaub, ich muss mal einen neuen kaufen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Manchmal ist die Reaktionszeit echt versetzt. Hallo, kommt her, ihr Viecher. Kommt her. Komm schon, komm schon. Y這樣. Ah. Ich hab' dieses Mal drauf gesprungen. Ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl. Uh. Okay. 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 Boah, jetzt ist man da oben dran gekackt, ey. Aber ich würde mal sagen, ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Wir hören uns in uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Ich werde die Musik ein kleines bisschen leiser machen noch. So, tschüss.